Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ein neues Ablenkungsvideo Best of Taxi and Take Off Wir haben so oft tolle Momente gehabt, die wir einfach aus dem Fenster geschaut haben Frankfurt, Hongkong, besonders Hongkong war aber sehr geeignet dafür über den Flughafen zu schauen, aus dem Flugzeug Das war toll, da habe ich euch jetzt 30 Minuten am Stück zusammengeschnitten verschiedene oder die besten Momente, die wir so in den letzten Jahren hatten Viel Spaß dabei! Hip Hop Jure Ladies and Gentlemen, we are pleased to welcome you on board. We shall be performing a safety demonstration shortly, the exit might be behind you. The cabin pressure in the aircraft is carefully controlled. The shoulder belts can be fastened by clicking the loose end of the belt. The upper interval is the height level as the cabin. This is the main area where the cabin is on board. The cabin is called the right boi. The cabin is between the aircraft and the speed of the cabin. The cabin is about a 15-hour period of the cabin. The cabin is an in-starved ship. The cabin is one of four of them who is the sailor-fax. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Musik 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 Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ganz lustig vor ungefähr einem jahr waren wir nämlich schon mal hier in taipei und da haben wir plane spotting gemacht und ziemlich genau hier draußen vor dem flug, wo wir jetzt gleich abheben werden oder zumindest starten werden, haben wir eine a&a maschine angeguckt das werde ich euch gleich mal zeigen das war bestimmt nicht dieselbe maschine, aber es war die gleiche maschine, nämlich auch eine 787-8 ist eine 1-2-4-7-8, die 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 Bauten sind zurückge идет die Dämpfer zum Abheben , und wenn man über diese Dämpfer hatte, die sich um die Dämpfer zu holt auch noch mal ein paar Mal auf der Suche und ich hoffe, dass die Dämpfer zum Abheben in Ansprall ist es auch auf die Dämpfer zu machen es ist sicherlich, dass die Väte da ist, wenn es기를 schrundo Musik Minuten lang eine Start- oder eine Taxi-Szene, also vom Gate zur Start- und Landebahn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, drückt den Daumen hoch, würde mich sehr, sehr freuen. Fragen, Anregungen oder Ideen, welche Videos ich noch zusammenschneiden könnte, gerne unten in die Kommentare. Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne mal das Video vom letzten Sonntag euch anschauen. Da habe ich euch die besten Momente des Boardings gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen.